und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge raft wir sind schon fast am verdursten weil ich mir im real life gerade was zu trinken geholt habe und ja schön habt ihr wieder eingeschaltet hallo malikum ich habe mal zwischen den folgen ich schlingel zwei kisten noch gebaut die wir jetzt noch hier hinstellen können ich habe das gefühl das wird sonst alles nicht reichen das wird auch so nicht reichen ich überlege gerade ob wir da vielleicht je zwei machen sogar ja erstmal nicht erstmal nicht was machen wir denn hier oben hin wir denn hier noch alles das komische c-tank zeug hier ich mache den klipper auch mal daran ach will nicht chatten so samenküste hier drinnen muskenscheiß wir können jetzt gleich wieder ablegen ich mache das Ja. ich würde mal sagen anker wieder lichten die die ganzen köpfe von haien und schwein und viecher mit den federn zusammen hier in der küste ja der scheiß kann meiner meinung nach wie weggeschmissen werden glas regel allerlei hier könnte man halt genau da machen wir zwei kisten planken warum zwei kisten planken weil wir von denen viel brauchen werden glaube ich was die bäume hier drüben zusammengesetzt ja provisorisch erstmal die kommen ja wenn auf die zweite etage so sind wir dann auf kurs hier in dieser komische wimpel müssten in die richtung die dinger nicht nach hinten machen setzen können hinten durch dieser fucking high ich dachte mir dass wir dann so hier rum gehen und da auch nein gemacht wird jetzt von den schildern wie man es hier nach hinten an die wand geht glaube ich nicht also probier mal noch was höher funktioniert nicht wirklich nach aber weil dort so direkt davor aber auch doof ist ja wobei es geht man muss halt einfach du könnt man könnte es hin dahinter machen also müsste naja sonst gibt mir das mal kurz so ne also nicht besser ach du hast das hingestellt ja wobei unten sieht man es dann was ja gut ich muss mal ausprobieren ja gut hinten siehst du es halt dann nicht mehr wahrscheinlich das weiß ich nicht ja geht so ja gut doch ja 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 gut knieße dich halt davor haben wir irgendwo plastik nein noch nicht klang können wobei warte mal die könnte könnte man anschreiben das ja eh zwei sind das geht auch hinten an der wand weil dann sie ja ja noch weniger dann zu tief ja ja okay das geht auch nicht mehr ja 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 wir würden hier irgendwie auf kurs gerne und kram rein das reicht ja erstmal ja würde ich mal gucken dass wir mal die netze und das ding rundherum schon mal fertig kriegen und dann anfangen können mit metall das zu verstärken dann haben wir da schon mal ruhe klingt nach dem plan mit dem kakei auch geil wie das ding hier noch am boot hält ja ich weiß was du meinst ok 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 super planten lager ist lerne muss man hin hinlegen potio seile und nägel machen aus schrott ich habe mir die ing schon mal was was schickt es fremd das bei mir durchgegangen zu sein da haben wir auch noch federn ach da waren die nägel ok und Um, 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 um. Um, 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 um. Vielen Dank. Wie es alles abbricht, wenn das Floß unter Wasser ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Da haben wir hier eine Plastikkiste. Einmal hier eine Plastikkiste. oder garten wurde größe ach scheiße ich habe keine pfeile mehr warum gehen die denn da nicht mehr dran die dinge ich habe keine ahnung ja 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 Scheiß Haie. Und hier noch Bäume pflanzen. Und hier wieder ein bisschen diesen. Und hier. 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 Hast du noch eine Menge Zeug bei dir rumliegen? Planken? Plastik? Palmen? Ne. Nicht wirklich. Ja. 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 Wir brauchen viel mehr Scheiß aus dem Meer. Ja. 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 Aber ich glaube liebe Freunde. Das machen wir in der nächsten Folge. Oder bzw. den nächsten folgen. Äh. Ja. Das könnte noch eine Weile dauern. Bis wir da sind. Und äh. Ja. Ja. dank fürs einschalten und bis morgen 12 uhr wie gewohnt eine neue folge wenn euch das ganze hier gefällt und wir euch ein bisschen unterhalten lasst doch gerne mal ein abo da der bewertung würde mir sehr helfen ja und an dieser stelle ist wie die mutter ist dann total